Es ist natürlich schon sehr traurig, dass wenn man so früh gehen muss, ist es schon sehr traurig. Und es war zu meiner Zeit, als ich Fußball gespielt habe, der absolut beste Fußballer. Es war ein Genie am Ball und er hat wirklich die Abwehr schwindelig spielen können, hat auch immer wieder den entscheidenden Pass spielen können. Es war ein Spieler, der spielen, wie ich auch alleine entscheiden konnte. Ich kann mich noch erinnern, als sie hier in München gespielt haben, das Rückspiel, es ging glaube ich 2-2 aus. Da hat er beim Aufwärmen, ja, nach der Musik im Rhythmus sich dann aufgewärmt. Das war für alle, die im Stadion waren mit Sicherheit, die sich daran erinnern können, ein absolutes Highlight. Und er war, wie gesagt, ein Genie am Ball und leider und sehr traurig zu früh gestorben. Zeitung Letten Letten Vielen Dank.